Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pissar reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskandiert. Bahar Al-Muth gegen Hamoudi Dudi. Das wird jetzt ein Derby. Zwei Berliner. Da bin ich gespannt. Dudi, das wird jetzt ein Derby. Der Berliner Derby. Beides kurz, muss man sagen. Ich kenne beide sehr lange. Bahar Al-Muth, ein sehr guter Junge. Dudi privat, auch sehr korrekter Kerl. Ich hoffe für beide, dass die gesund aus dem Kampf kommen. Ich muss leider ehrlich sagen, ich hab ein bisschen was davon gesehen. Nicht ganz, aber wir ziehen uns das rein. So, Shake Hands. Okay, man sieht ganz klar, dass Bahar Al-Muth sich Boxerisch gut bewegen kann. Äh, Hamoudi Dudi. Oh, da werden die Griffe gemacht und Schubsereien veranstaltet. Das sind die dreckigen Tricks hier. Nicht schlecht. Man muss sagen, Dudi noch ein bisschen steif. Oh, Scheiße, da kam der aber ganz schnell. Dudi noch ein bisschen unsicher. Na, Dudi würden sie sich hart nimmer setzen einfach. Der ist so ein bisschen unsicher, weil er gedacht hat, dass der, der hat wahrscheinlich, dass Bahar Al-Muth nicht so schnell ist. Weil der so süß aussieht. Sieht man den nicht als Kämpfer vielleicht. Aber Bahar Al-Muth ist gut. Die Beinarbeit von Dudi ist jetzt nicht so prickelnd. Sieht man dann, sonst wird er auch nicht so dreckig runterfallen. Boah! Gezielter schlagen, gezielter schlagen, aber ansonsten auch hier Shake Hands. Hä? Da hat der kaputt. Ey, wo da? Ey, war nicht so gemeint. Ey, hast du die Schläge gespürt? Das ist gut. Du hast auch gleich sie nicht gemacht. Aber der Dudi ist eigentlich ein guter Boxer. Der ist eigentlich nicht schlecht. Gut ausgewischen von Dudi. Warm. Ja, die Schläge sind natürlich nicht so schön. Wenn ihr beobachtet, wie der Dudi zum Beispiel schlägt, der holt die so von unten, als ob der so wie so eine Schaufel. Könnt ihr euch an der Schulter ganz krass verletzen. Also ihr müsst die Schläge schon richtig, naja, so. Platz zero. Seht ihr so, der macht die so komisch. Müsst ihr aufpassen auf jeden Fall, Franz. Der Bahadal Mut macht das schon sehr professionell. Man sieht das hier. Guck mal. Der bewegt sich ein bisschen besser auf jeden Fall. Und man sieht, dass er Boxerfahrung hat. Hier immer diese Shake Hands. Ich fick so eine Hands, alter Mann. Mach mal diese, danach den Kampf, Freundlichkeiten. Im Kampf muss Spannung sein. Da muss Spannung rein, Digga. Wer hat keine Kondition. Das ist dieses Jahr, wenn beide keine Kondition haben, beide sind einfach schnell. Ja, ja, kurz, kurz. Okay, alles gut. Lassen wir nochmal Shake Hands machen. Hä, was hast du gesagt, was egal ist? Was, Referee? Kein Shake Hands mehr? Okay, warte. Okay, Shake Hands, darauf, dass kein Shake Hands. Kein Shake Hands. Boah, stark. Okay, Dudi dreht durch. Ja, man sieht, Dudi ist ein bisschen Kondi schleppend. Liegt daran, dass er sein Training nicht so ernst genommen hat. Er war ja im Urlaub. Aber das Thema mit der Feuchtigkeit scheint wohl gelöst. Das war ja im Kampf davor eine Thematik. Ja, der Kampf davor war auf jeden Fall sehr feucht. Also, der Boden. Geht nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ja, jetzt mal aktuell eine Stunde in Verzug. Und wir haben noch, inklusive diesem Kampf, noch vier Kämpfe soweit, das hier zugetragen wurde. Ja, sehr, sehr unkontrolliert von, äh, sehr unkontrolliert von Dudi. Hätte er ein bisschen präziser und gezielter geschlagen, hätte er den, äh, dem Baha auf jeden Fall mehr getroffen. Mal ein bisschen vor. Irgendwie sagt man, dass die Pausen länger als eine Minute gehen. Boah, schöne Rechte von Baha. Dudi hier trotzdem am Marschieren. Dudi bleibt stehen. Versucht. Ah, ausgerutscht. War das mit dem Boden los, Alter? Bodenlose Frechheit hier. Oh, schön geantwortet, Dudi. Dudi dreht durch. Aber die Schläge haben nicht so viel Power. Der schlägt nicht so gut. Ja, der kann halt nicht richtig stehen. Wenn er richtig stehen könnte, der hat, der ist zu steif, oder? Ja. Die Schläge von Dudi sind leider nicht effektiv genug, liebe Friends. Leider. Der kommt gar nicht mehr. Boah, da hat er daneben gehauen, hat fast ein Salto gemacht. Unkontrolliert leider. Der Baha ist natürlich da sehr kontrolliert. Wartet auf seine Chance. Hier guckt er nochmal. 1-2. Dudi hat sich leider nicht gut vorbereitet. Ich mag Dudi, aber er hat sich nicht vorbereitet. Sieht man. Ausgewicht. Beide sehr vorsichtig. Hat den Kampf, glaube ich, auf die leichten Schulter genommen. Ich bin gleich auf Hamid Khan und Abo Amsa gespannt, ehrlich. Beide daneben. Dudi ist am schwanken. Kondi macht nicht lange mit, wenn der Baha jetzt Druck macht. Beide recht zurückhalten. Also keinem, keine exklusiven Haup-Aktion. Keine von beiden. Ja, boah. Komm, Baha, Junge. Schade. Hätte das Ende sein können. Hätte, genau, hätte das Ende sein können. Hevald sagt, glaub du, die braucht eine Drohung von Amma, damit der auch gewinnt. Ich schwöre, wenn ich eins zusammenschreibe, kriege ich neue Power. Oder immer, wenn ich irgendwas gesagt habe, alle Leute sind durchgedreht. Ich habe den so motiviert, aber... Ich kann es trotzdem nicht alle machen. Ja, geht alles auf die Deckung, ne? Ja, ja, alles auf die Deckung, ja. Aber auch schön von Bahar Scharmut. Ja, richtige Scharmut-Taktik. Bahar Scharmut. Bahar, sehr talentierter Boxer eigentlich. Bahar ist ein guter Junge. Hier hat man auch ganz deutlich gesehen, wie er das mit den Ellbogen macht. Sehr, sehr schön. Feier ich. Hier an der Seite haben wir den Vater von Bahar, Ehrenmann. Finde ich gut, dass in der ersten Reihe quasi auch sein Vater dabei ist. Natürlich ist das so ein Ding, was seinen Vater stolz macht und ist halt immer eine gute Sache. Richtig, Marc. Oh! Auf den Kopf geschliffen, das können auch Treffer sein, die die Wirkung später zeigen, die schwindelig machen. Aber musst du die schon, äh, anerkennen, dass er echt gut eingesteckt hat, ne? Also der hat echt ein paar Dinger gekriegt. Wer? Dude. Ja, der Dude ist, äh, hat, äh, gut eingesteckt. Oh, schön. Da, hat er wieder eingekriegt. Das ist das... Boah, noch eine. Das sind die Dinger, die der Bahar sehr gut macht. Der kriegt welche, macht aber die Deckung und dann wartet der. Bam! Gibt er den Dude eine. Bam! Hä? Oh, ausgerutscht. Ja, leider, dieser Hinfaller, äh, auch wenn das nicht angezählt wird, kostet dich aber Kraft. Da wird dein Körper durchgeschüttelt, das Aufstehen, kostet alles Kraft. Das kann in der Millisekunde später dein Verhängnis werden, wenn du da nicht mehr kannst, plötzlich wegen dieser Scheiße. Da seht ihr auch, guck mal, der Dude ist ja richtig körperlich am Schwanken, da ist er konditionell am Ende. Und der Bahar, der Idiot, nutzt das nicht aus. Weil er selber nicht mehr kann. Weil er selber auch nicht mehr so gut kann, aber da musst du beißen. Da musst du beißen, Bahar, Junge, komm! Meine Fresse. Guck mal, diese Shake-Hands ab. Ja, ausgerutscht, schade. Wollt gerade zum Schlag wahrscheinlich ausholen. Aber es scheint tatsächlich, äh, doch auch noch mit dem Boden nicht aufgerüstet. Ja, der Boden ist ein bisschen rutschig auf jeden Fall. Ja, hier fängt es schon an. Nur ein bisschen ist das schon. Ah! Aber der kämpfte, der Dude. Der Dude ist ein Kämpfer. Der Dude kämpft, aber die kleinen Wirkungstreffer von, äh, vom Bahar, die machen nicht, äh, ihr seht, er ist am Arsch. Er hat sich runtergemacht. Wir haben ein eindeutiges Ergebnis. Also, es ist auf jeden Fall eindeutig. Bahar hat auf jeden Fall meiner Meinung nach gewonnen. Verdient gewonnen. Schade für Dude, liebe Grüße, Bruder. Äh, komm stärker zurück auf jeden Fall. Hier küsst er nochmal die Stirn von seinem Barber. Äh, Respekt an beide. Hier die irakische Flagge, irakische Flagge von unserem Bruder. Ist Du die Iraker? Nein, nein, äh, Bahar ist Iraker. Dude ist, äh, Palästinenser, glaube ich. Nö. Ja. Kommt da noch irgendwas? Nö. So. Ja. Kampf ist zu weit. Äh, die Jungs trösten noch den Dudey auch schön, dass die alle zusammenhalten. Oh, die umarmen sich hier nochmal alle. Nö, die umarmen die sich. Hier tauft der Vater von Bahar den Kurs als Iraker noch. Du bist jetzt seine Frau. Du bist Bahar der eine Mutsfrau. Jemand, seid ihr verheiratet? Respekt an beide, liebe Grüße an beide. Äh, das war der Kampf bei H. Almut gegen Dudey. Beides, äh, gute Jungs. 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 Bis zum nächsten Mal.